Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Pink Panther und ich habe ein Gameplay in Black Ops 2, wo mein direkter Vertreter vom Clan, der Richthofen, sich die Zeit genommen hat und wollte mit den Gästen bei uns im TS mal eine Runde zocken. Ich habe mich da einfach mal eingeklinkt und wollte mal hören, wie das Ganze so vonstatten geht. Ja, das will ich euch mal zeigen, das ist ganz witzig und ich bin mal gespannt, wie lange ihr das tatsächlich schauen könnt, ohne den Ton abzustellen oder den Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen. Ist schon manchmal ein bisschen nervig, wenn es dann wirklich so total drunter und drüber geht. Ich bin halt froh, wenn ich das Ganze dann mache und leite und tue und so, dass die Leute ein bisschen Disziplin zeigen. Aber sowas muss man natürlich auch sich erstmal erarbeiten und der Richthofen lässt da ganz fröhlich mit sich machen und das will ich euch mal zeigen. Zum anderen mag ich nochmal ansprechen, dass ich Silvester in Berlin im CK99, das braucht ihr einfach nur bei Google eingeben, dann findet ihr das schon, da bin ich. Ab 11 Uhr sind wir draußen und es würde mich halt freuen, wenn da viele Abonnenten auftauchen und wir zusammen ins neue Jahr starten. Zum anderen möchte ich noch sagen, dass Xbox und PS3 in Arbeit ist. Das wird halt immer wieder gefragt, deswegen will ich es auch hier immer wieder sagen. Und ja, die ganzen Nachrichten und Kommentare, die geschrieben werden, da bin ich auch froh drum. Aber ich schaffe es einfach nicht, alle zu beantworten, genauso wie in Facebook oder in Steam. Seid mir bitte nicht böse, ich gebe echt mein Bestes, aber es ist einfach nicht schaffbar. In Facebook, da habe ich schon ein bisschen Hilfe, wenn da allgemeine Fragen kommen, die werden dann von einem Helfer sozusagen beantwortet. Und wenn was unklar ist, spricht das halt auch mit mir ab. Ich gucke mir das auch immer mal ab und an durch. Aber mir fehlt einfach die Zeit dazu. Dann möchte ich sagen, ja, es läuft nicht so gut mit diesem Pink Panther sucht den besten deutschen YouTube Gaming Kommentator. Bis jetzt haben da sich nur zwei Leute beworben. Ich habe ja gesagt, wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, dann breche ich sowas ab. Und wenn sich da jetzt nicht bis Ende des Jahres was getan hat, ich werde da nochmal dem Ganzen den Schub geben. Also wenn sich bis zum 1.1. nicht 20 Leute mindestens beworben haben, werde ich das abbrechen und werde dann halt etwas anderes starten. Juti, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unserem Richthofen und die Meute, die dabei ist. Können wir den Geräuschkegel wieder runterfahren? Ja, bitte. Bitte. Nein, jetzt bist du sowieso unverschicken. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Er sollt uns dann schon schreiben, was wir machen. Er hat es einfach jeden Gegner um, der mir in die Quere kommt. Ja, ich auch. Genau so tun wir das. Gleich wäre es sinnvoll, wenn Panther mal schicken würde. Er hat sowieso ein Team-Defmatch gemacht, das geht eigentlich gar nicht. Leute, er macht das ganz normal. Einfach gegen Bots, man. Aber hoffentlich wird er da. Ja, alle gegen Majors. Ja, alle gegen Majors. Aber keine Bots. Das wird langweilig. Warum alle gegen Majors? Der hat jetzt Black Ops 2 des 100 nicht gerade. Toll, jetzt gewinnt unser Team automatisch. Das macht jetzt Sinn, Leute. Ja, warum keine Bots? Aber das ist einfach für den Marktail, Alter. Wir kommen jetzt einfach alle gewinnen. Wie sind jetzt alle verrecken? Ja, es ist ja auch besser so, als wäre es ja irgendwie ein bisschen unfair, so 2 gegen. Auch gut, das ist überhaupt nicht unfair, ne? 6 gegen 2, komm. Ach, ich tofen wir raten die doch. Genau die, die Russian-Way-Benz. Wie sie mich raus? Null. Ja, und nicht kaputt jetzt. Meiner, Skaha. Lol. Was machen wir jetzt hier? Ich kann weder Teamwechsel noch irgendwas machen. Ich kann... Wer ist Major, Tom? Das ist einer aus meinem Clan, wobei ich gar nicht wusste, dass der überhaupt Black Ops 2 hat. Ach, mir ist ein Geschirr oben. Keine Ahnung, 2? Weiß keine. So genau. Ich bin echt. Ich bin echt. Nein, ich bin echt. Nein, ich bin echt. Fanta, schreibt mal, was wir hier machen. Es ist originell. Eigentlich müssten da neun Bots rumlaufen. Neun Stück. Ey, du hast doch gar nicht. Da kann doch reden. Hallo, wir sind keine Schweine. Nein, da sind keine Bots rum. Du hast uns bald eingestellt. Ist doch scheißegal, ist doch eigentlich ganz geil so. Wahrscheinlich neun verbündete Bots. Tschüss, Eimer. Irgendwie ist es auch wieder noch Softcore. Ich habe immer noch... Ich habe immer noch... Sexta-Quote. Glitzen! Ich wusste, das ist auch Softcore. It's a me. Ist ganz funny. It's a me. Danke. It's a me. Softcore. Scheiße, ich habe die Hunde nicht gesehen. Ach. Wasserpanzer für mein KD. Das interessiert doch gar keinen Fall. 0 to 2 nrl. Ja, und lass ihn doch... Moral, das steht in 2.2 nrl. 2 nr. 3 nr. 1 nr. 1 nr. 2 nr. 1 nr. 1 nr. 1 nr. 8 nr. 1 nr. 1 nr. 1 nr. 2 nr. 10 nr. 1 nr. 1 nr. wir haben sich immer ein ich muss gerne wissen ich habe ich nicht gesehen auch von hinten noch mehr als Formel Westen abgekehrt werden weil wir uns schon mal wo sind die Port wo wir gehen in der Botschaft da schreibt die GmbH im Grunde war das auch ein für mich er hat er hat mich aus da wusste Piddo-Beer geht mir um den Sack ja genau, du bist ein Piddo-Beer das ist nicht mal ein Piddo-Beer, das ist ein ganz normaler Teddy-Beer Alter, mach, ey, lehre mal nein, wieso, wenn ich werfe? mir geht's Gameful gerade richtig auf die Eier ja, fertig komm schon, wenn wir meine Train-Feier haben ach, du warst eh nicht oh, sei denn Leute, da oben liegt da einer Leute, Alter was für ein Camper Gameful geht mir richtig auf die Eier gerade ich war sehr still für deine Eier wir haben die Kontrolle auf die Eier, unter die Eier nee, in die Eier, bring die Eier rein und auch wieder raus da wo du wahrscheinlich gerade nicht bist oh, oh, oh ich krieg Pantor holt mich weg Alter, der kam aus meinem Team mich gemessert und dann noch was daneben Mann, voll glücklich Mann, voll glücklich ich war halt mich grad voll erschrocken, Alter ich war halt mich grad voll erschrocken, Alter nein, komm, warum meint das irgendwie sinnvoll, oder? nein, geh nicht von Wunder wenn man noch trainieren möchte, ist das genau richtig Geh mit Weifelsspiel, baum alleine Alter, das schneidig wird's ich einen schon beschufen noch fünf Punkte WAHN! da rennt einer voll gewinnt Mann, das war zu schlitzend Mann, das war zu schlitzend Mann, das war zu schlitzend Alter 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 Nein okay, Tino SITZEN! Nein! Ich wollte jetzt auch ein bisschen Maragall, hast du dich getroffen, oder was, hier mit Knife? Ich spiel mit Standardklasse Du bist durchgeschnitten Nein! Brauche ich ein Magazin für ihn, wie peinlich Ja, ich wollte dich schlitten, aber es ging so Nein! Ja, das habe ich öffnet Nein! Pantor hat mich gekillt, genau Fünf Punkte vor der Ding Trash of Fire Du sollst ja ein bisschen nicht campen, Mann Ach ja, ich hab ja noch so'n Noob Tube dabei Ach, nö, nicht tun Und Tino auch für dich, durch Camp Tino Camp ist nur was für kleine Tinos Äh Tino Kleine Tinos, das ist ja Kleine Tinos, das ist ja Kleine Tinos, das gibt jetzt einen Bun Ha, 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 voll einfach Voll einfach, voll einfach, voll einfach, voll einfach Voll einfach, voll einfach, voll einfach Was kannst du davon? Boah, ja Weiß zwar noch nicht, was du mir getan hast, aber du hättest mir bestimmt Schreckliches angetan Oh, natürlich Ja, das ist ja Alter, warum kann ich da raten? Du solltest mit einem Fuck, ich hab mir selber gedötet Alter, Aros Ich würde ja noch mit ablenken, Alter Drohne Alter, Panther, wirf'n Tomahawk über mich, genau Komm, mach' die Drohne kaputt, irgendeiner Nein, hier ist gut Och, so ziemlich das zu, was Panther kann Ja Komm, schon will'n Loadstar reißen, Mann Pink Panther sag, er kann Tomahawk Ach, ich hab' ja noch Ah, gekriegt's Gott Oh, Leute, hört auf mich zu killen Nerv Ja, das ist Sinn des Spiels, aber wir können ja mal aufhören Ach, scheiße Ja, genau Jetzt sind wir ganz friedlich und keiner killt mehr irgendwen Genauso wie ein Pink Panther sagt Moment Ich bin mal da neun Killers, Mann Erschreckt der mich so Was, wie viel hat ein Pink Panther? Neun Müt' jetzt erst mal, irgendwie Achtung Feindliche Drohne nähert sich Oh, da ist jemand Nein Ja, da kommt zwei, ey, ich hatte das immer Immer wenn ich irgendwo reingehe, kommt sofort zwei Einmal Einmal, das war jetzt cool Ah, da ist doch jemand Was, wenn du Sex hast, Kamerad? Ich will zwingen, oder was? Boah, was für Headshot, Alter Der schwingt da runter, ich geb dir noch Headshot Ey, what the heck, Alter What the heck? Oh, recht hoffen Boah, Alter Boah, Alter Boah, Alter Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Es gibt jetzt ein Bann, Alter So schlecht Du, ich hab auf mich zu killen Das ist mein Gemeinzustand Alter, was versucht Panther die ganze Zeit? Doch, der will mich immer Tomahawk Der versucht Tomahawk Ja, der will hier YouTube da Video machen, weißt du? Scheiße Der wird der hier Der wird der hier Der mit Tomahawk hier so Der wird der mit Panther mal als berühmte Man geht wohl Äh, wann die Zeit gekommen ist Hahaha Und wenn er denn nicht rufig ist Apropos, Panther hat 12.000 Abonnenten, ja oder nein? Was? Es ist jetzt schon 12.000 Abonnenten, ich bin mir nicht sicher Panther hat glaube ich schon 4.000 oder so Also, Minimum sind ungefähr 11.800 Nein, Scheiße Da wollte er mich freuen Boah, da hätt ich mal Wittschlag dabei, ey Ich hab nie einen Tarnhelikopter Das Beste, was ich bis jetzt hatte, war eine Aufklärung zu tun Ja, ich weiß nicht Nein, der konnte schon nie her Mach jetzt ohnehin dann den Killed Nein Ich bin so schlecht, Mann 7,17 Leuch, ich hab gedacht, gehitzt Ach, 11.000 10 Was willst du? 11.870 Ich hab Spieler mit Standardkraft Scheiße Alter, Pink war doch jetzt 3 Meter in den Händen gekillt Immer von hinten ExoBeast, ich hatte dich Oh, von hinten Das sind wir Geschichten, die darf ich hier gar nicht erzählen Das Zwischen dir und Panther Hm, ja was meinst du, wie ich Stellvertreter geworden bin? Hahaha Ich hab dich schon im Schlaf Leute Ich hab dir schon klar Leute, wir können Im Sprung durch ne Wand Vorkingen Du bist da lang gerannt, wollte ich habe einmal auf dich geschlossen Alter Marc, ey, der freut sich voll, Alter, als ob das Tier er kennt auch was wäre Ich hau, welche Sie mich bahnen Ey, ich hasse das, ey, 19.17 Sets, Sets, Sets reicht wirklich. Alter, Charus, du verteilt rad. Ey, ich verzeig. Charus, ey, das ist wirklich blind und gerade... ...wird von jeher einen anderen nicht kill. Nein, nicht toben, du wärst feiner Aced gewesen. Tut mir jetzt voll sorry. Da kommt der Tube. Oh lololol. Keiner hat ne Drohne. Ich hab mit der DSR-50. Ich hab mit der DSR-50. Ey, ich stirb noch. Der hat jetzt voll Schacht. Alter, wenn ich Gameful finde, ich nehm sofort den Tube raus und hau ihn weg. Viel Spaß. Hallo, Exo. Ey, ich mach noch ein paar Kills, hab ich schon einen Tarn-Helicopter hier. Nein! Wer hat gerade was gesagt mit Tarn-Helicopter? Kannst du dir ja mal angucken. Nein! Scheiße. Ja, der... Das ist nicht mal Witz. Der ist einfach Scheiße. Mit der Pisten. Mit der Pisten. Ich komm immer in die Fresse. Ich bin eigentlich der letzte hier, weil ich hab eigentlich nur 10 Kills. Ich hab 11. Ich weiß, das ist das Problem hier. Ich hab's mal jeden hinten gekillt. Nein! Ich wollte grad Headshot verteilen. Ja, das ist so schlecht. Eigentlich wollte ich gar nicht ganz wie möglich in den Kopf schießen, aber dann hab ich mich doch für... Alter, was ist das denn für ein Ding? Weil ich Angst hatte, nicht zu treffen. Nein! Ich dachte, ich hab ein Richthofen! Ich bin, dass das Scheiße mal abgelenkt wird! Ja, ich dachte, du wärst Richthofen gewesen! Ja, ich dachte, du wärst Richthofen gewesen. Haha, hätte das eine Rolle gespielt. Oh, da raus! NEIN! Das ist doch nicht! Nochmal dem selben Gesick! Nicht, das ist so scheiße, ey. Überleg gerade nach, behauptet nicht, dass jemand heute so, der an den Stein da ist. Halt, Pink Panther! Der freut sich voll, dass der Pink Panther kriegt. Ich hab hinter ihm schon erstmal so... Bo, Pinker, der richtig geht, Alter, was ist denn? Ich hab mal Creme. Ach, sag mal, wo wurde mein Haar dran. Ja, er ist 10 Kills. Der leckt mir an Boba. Ey, Alter, ich hab so... 1225, ja, ich bin so schlecht. Der leckt mir an Boba. 1221, ich bin nicht besser. 1221, ich bin nicht besser. 1221, ich bin nicht besser. Oh, lol, Richthofen. Richthofen. Ich hab mal gekriegt. Ja, ich war grad irgendwie... Richthofen ist auch so klein. Nein! Nein, ich hab ihn noch gepistet. Ey, das Schild war euer Leben jetzt, bitte. Wir sprechen uns noch, mein Lieber. Oh, ich seh Panther von hinten. Ja, genau, er kommt schießen um die Ecke und gibt mir ein Headdy. Also, so langsam müssen wir's mal unterhalten, Tino. Los! Ey, Marc, ey, was ist das für ein Scheiß-Raketenwerfer? Ein Los! Sehr gut, Exo. Zeig noch ein Boncher von mir. Was gibt das von dir? Ein Boncher. Weil du... Boah! Ah nein, die Scheiße. Ich kenn's da doch genauer. Ich bin eigentlich noch da. Ja, sicher ist da. Ja, der redet nur nicht, weil er nicht reden kann oder auch keine Ahnung. Der kann doch reden, der hat auch gerade geredet. Echt? Ja, aber entweder hat er irgendwas gerade im Hintergrund laufen, oder er hat halt Schmerzen. Aber es ist doch nicht so begeistert, weil er auch mal nicht redet. Es ist einfach nur geil, euch mal zuzuhören und den Wahnsinn aufzunehmen und ihn nachher hochzuladen. Was? Was? Das wird mir definitiv ein Spaß sein vom Allerfeinsten, ey. Die Heiligkeit vom Feinsten. Deswegen bedanken wir uns alle recht herzlich fürs Zuschauen. Der tägliche Wahnsinn. Und alle werden in Kommentaren fläben. Und alle werden in Kommentaren fläben. Ja, ich lache die nicht alle aus. Mein Gott, sind die behindert? So behindert wäre ich ja nie. Bis dahin. Bis dahin. Tschü-Tschü. Bis dahin. Tschü-Tschü.